Mit der Startnummer 161, Vivald Asafrani von Raphael Haller, 169, David Ufari von Kauhaus, 171, Florian, Wondertal, 172, Roberto, die Avedo, 173, André, Konrad und Naro Engel, 174, Robert, Schmidt, Fitnessnucho, Löwe, Küsse, 175, Sassi, Zeit, 176, Roland, Fischer vom Gym Room Hamburg, und der 177, Anestis, Anton Ochlu vom Powerplay Leinfeld. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und wenn man auf den Bauch hat. Und wenn man die Frontansicht einnimmt, nicht eindringen. Frontansicht. Front. Jetzt dürft ihr euch reindrehen. Viertel und drehen nach rechts. Viertel und drehen nach rechts. Und der Pullen-Tilting. Enttert. Enttert. Viertel und drehen nach rechts. Eine Hand an die Hüfte, bitte. Eine Hand an die Hüfte. Eine Hand an die Hüfte. Viertel und drehen nach rechts. Viertel und drehen nach rechts. Und wieder zur Frontansicht. Zurückdrehen, bitte. Jetzt ist ein bisschen wenig. Er ist auch groß, habe ich gesagt. Nach vorne zum ersten Vergleich Startnummer 161, 169, 171, 172 und 165. So, Front kann sich eine, wenn sie nicht eindrehen. Front kann sich eine, wenn sie nicht eindrehen. So, Front kann sich eine, wenn sie nicht eindrehen. So, Front kann sich eine, wenn sie nicht eindrehen. Viertelumdrehung nach rechts. Und wieder noch vorne zur Frau Kassi. Vierter um die Drehung nach rechts. 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 Und wieder nach vorne. Noch mal alle Athleten der Kategorie Maskulame Hinsbesieg nach vorne zur kurzen Line-Up. Alle noch mal nach vorne von der Kategorie. Das war die Vorentscheidung der Kategorie Maskulame Hinsbesieg. Vielen Dank, meine Herren, für die Drehung nach rechts.